Faktis fragt den Ebenen, Alexander Wilkner von den Trebelebern hat den besten Start erwischt und nimmt die erste Mal in Führung. Aber jetzt kommen die Zettelwitzer auf der Innenbahn und die Kampfgeiler halten dagegen. Das sind die drei, die sich erst einmal vorne absetzen. Zettelwitzer, Flitzer vor den Kampfgeilern und den Trebelebern. Die ersten vier Kampfeufe kommen in die nächste Runde. Niko von Dieter Trips ist mit dabei und das Feld zieht sich auseinander. Jessica Jeske, die Black Edition Leute, auch noch mit von der Partie. Absolute Spannung im Feld. Und das hier haben wir auch viele Fluchte. Vielen Dank! Ich hoffe, dass die Italien mit einem Sch режißen Langstern enthalten ist. Die ist auf dem Faktisag. Und jetzt haben wir einen Schiffen-Galberfluss schäuert. Wenn noch ein Fahrzeugaufen auf dem Faktisag. Dann geht es auf dem Faktisag in der Nähe. Die ist dort mit einem Schiffen-Galberfluss schäuert. Drei Minuten durch die Reuskselle. Schiffen sind nicht unterhalten. Ich bin im Feld und wundacht. In walked zu dem Spiel die Fluchten. Vielen Dank.